40. 40, 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 40. Produziert von Checker. Weißer Rauch heißt das Ganze. Okay, mehr Infos gibt's nicht. Ich bin gespannt. Wow! Als ob übelst die Craig David Flashbacks. Willst du mich verarschen? Übelst die Craig David Flashbacks, Mann. Wie hieß der Song nochmal? War das irgendein Remix von Craig David? Ich weiß nicht mal, welcher das war. War das der Seven Days Remix? Oder Rendezvous Remix? Der war genau in diesem Stil. Ich hab keine Ahnung, wie man diesen Stil von Beats nennt. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wie man diesen Stil von Beats nennt. Ich hab keine Ahnung, wie man diesen Stil von Beats nennt. Ey, ich muss... Sorry, ne, Leute? Ich muss jetzt rausfinden, welcher Remix das war. Ey, welcher war das? Ja, das macht mich jetzt wahnsinnig. Boah, das war so CN-Remix-Zeiten, Alter. Ey, welcher Song war das nochmal von Craig David? Der genau so in diese Richtung ging. War das nicht Walking Away? Fuck, den muss ich mir speichern. Der ist ja übelst geil. Das ist aber nicht die Richtung, was ich... Was ich gesucht hab. Ach. Mann. Fuck. Ja, schade. Ich glaub, ich find's nicht. Nee, das ist so ein typischer Deep House-Remix-Irgendwas. Gott, ich darf nicht wieder mit Craig David anfangen, Alter. Dann ist es wieder völlig vorbei, ne? Ich liebe diesen Typen. Schade, find ich nicht. Aber, ey, klingt für mich wie irgendein Remix, der rauskam von... Also dieser Style, ne? Nur dieser Style. Ich weiß nicht, wie man diese Beats nennt. heftig, dass Forti sowas raushaut. Wirklich. Endlich mal was anderes. So laut, ich verpass die Calls auf deinem Mindphone. Auf deinem Mindphone. Kam mit meinem Koffer und dein Ziel. Aus der Kleinschein nach Berlin. Das letzte High-Fail-Jahr verging wie im Flug. Ich unterzeichnete den Tit. Alle Träume wurden real. Und das ganze Land schult mir dabei zu. Weißer Rauch in meiner Sweet. Auf Wolk ist dem ich... Ah, und dieses eine Lied. Wie hieß das? Mir fällt es nicht ein. Lalalala. 100 Pro kennt ihr das. Lalalala. Lala. Lalalala. Ja, genau. An das erinnert mich das auch gerade, muss ich sagen. Ja, Mann. Ja, Mann. Boah, ich find's geil, dass der einfach macht, wo drauf er Bock hat, ne? Und es tut so gut, dass die sich immer mehr ausprobieren. So, ich glaub... Wisst ihr, was ich glaube? Der Erste, der damit, ähm... Der damit angefangen hat, so ein bisschen zu experimentieren, war irgendwie Apache. Vielleicht so ein bisschen. Apache. Der dann so gezeigt hat, yo, ihr könnt euch auch mehr trauen. Ihr könnt auch einfach machen, worauf ihr Bock habt. Und vielleicht funktioniert's, vielleicht auch nicht. Und ich find, er hat so einen Stein ins Rollen gebracht, dass, ähm, jeder sich ausprobiert und vielleicht irgendwie seinen festen Stil findet. Das find ich so wichtig, ne? Ufo? Na, Ufo find ich jetzt nicht. Bisschen Schlager ist es aber schon. Ja, geht auf jeden Fall in die Helene Fischer Richtung, find ich. Ein bisschen Wendler auch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, so wie in Draust. Zu viel Sünden jeden Tag, ich verliere die Balance. Bowser, stimmt. Bowser hat das auch gemacht. Ja, da habt ihr völlig recht. Ja, Bowser auch. Ja, Crow hatte aber, find ich, von Anfang an diese Mentalität, dass er machen konnte, was er wollte, egal wie poppig es war. Weil von der Hip-Hop-Szene wurde er ja nie so richtig als Hip-Hop-Pair, sag ich mal, angenommen. Sondern eher so als Pop-Rapper. Wie er auch sagt, Ray-Up oder so, ne? Von daher, Crow konnte sowieso, glaube ich, schon immer machen, worauf er Bock hatte, ne? Ob singen oder rappen oder keine Ahnung. Aber Baby, sei dir sicher, dass ich wieder komm. Es lief beim letzten Mal nicht, wie es soll. Zu viel Partys, zu viel Clubs, zu viel Alkohol und Kusch. Sag mir, wann hab ich genug, es wird Zeit. Spür diese Panik in der Brust. Ich will ab, in mir fehlt Luft. Sag mir, wann ist endlich Schluss mit dem Scheiß. Komm mit nem Koffer und dein Ziel, aus der Gletscheine nach Berlin. Das letzte Heile Jahr verging wie im Flug. Wie im Flug. Ich unterzeichnete den Deal, alle Träume wurden real. Und das ganze Land schult mir dabei zu. Weißer Rauch in meiner Suede auf Wolken. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ja. Seben, ich flieg durch tausende Galaxien. Eut'n. Schweb durch die Cloud, komm, lass mich zähn. Jack Flash ich in dein Leben. Ist das so Laufstegmusik? Ich kann mich damit nicht aus, aber so Modebranche, so Laufsteg-Mucke oder sowas? Also Fordi, nächsten Song, den ich mache, ich möchte bitte, dass du meinen Refrain schreibst und die Melodie, ähm, sollte kein Problem sein. Eren, Can und Batu, bei euch möchte ich bitte aufnehmen, ja. Mix Mastering, ja, finde ich, können eigentlich sehr viele sehr gut. Nehmen wir King Size. Video würde ich dann ganz gerne von Shao Kasado haben. Refrain würde ich dann ganz gerne gesungen, allerdings von Bachi haben. Wäre das okay? Ich glaube schon, ne? Geiler Song, Alter, geiler Song. Übersetzung. 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 Bis zum nächsten Mal.